Mein Name ist Birgit Büthe. Ich bin Coach für Menschen und Impulsgeberin. Mein Job ist es, Sie auf eine Ebene zu führen, die in die Veränderung kommt. Zur Veränderung gehört Mut. Ich führe Sie durch einen Prozess der Selbsterkenntnis hin zu Ihrer Klarheit. Mit der Methode Walking in Your Shoes stelle ich Ihnen Fragen, die Sie in Ihre Klarheit bringen.